Musik Es herrschte eine festliche Atmosphäre in der Stadt und alle schienen glücklich zu sein. Alle. Der Krieg vorbei. Oh, ist das nicht schön. Ich glaube, der Krieg vorbei. Das ist einfach, wow. Fühlt sich ganz anders. Geh zur U-Bahn. So, das bin ich, wollte ich mal kurz sagen. Und ich komme gerade von hier drüben die Treppe runter, aber die Tür geht nicht mehr auf. Und der Krieg vorbei. Und hier Partie. Uh, Krieg vorbei. Der Krieg vorbei. Yeah. Wenn der Krieg vorbei, dann erstmal Fitness. Und das Schöne ist, sie spiegelt sich falsch rum. Ihr Rücken wird gespiegelt. Ähm, okay. Gut, Hauptsache, fit halten. Oh, der Krieg vorbei. Jesus, der Krieg vorbei. Hä, das ist doch John Wick? Das ist John Wick? Und das ist mal Alburo. Verstehe. So. Geil. Einfach nur geil, Leute. Was für ne geile Party So nice einfach Wow, wie die abgehen Alle gehen ab, außer Petra Petra sitzt daneben Mit ihrem Texturenhund Warum hat der Hund so einen Texturenkragen? Das ist ja auch so eine Häkeldecke Okay, ich geh mal zur 9th Street Station Fresh Ideas are always welcome Willi Pumpkin Software Company Aim for Perfection Mit einem Windows-Font Was macht er denn überhaupt? Der wedelt einen Furz weg Hä? Warum wedelt der einen Furz weg? Und die Leute jubeln ihm zu Hä? Das muss ein richtiger Das muss ein Wundervurz sein einfach Ich glaube dieser Furz ist der Grund Da ist der Krieg vorbei Huch Der telefoniert gar nicht Der tut so als er da Freunde Ja, der tut aber nur so als er da Freunde Alles klar Was, was, wann, wann, was hier Okay, kann ich nicht sehen Ih, hier stinkts So, rote Ballons Tricks sind immer schwierig Und was macht Oh, kein Geld dabei Ja, ich glaub kein Geld dabei Ich, ich würd mal Ich würd einfach mal Ich, ich betrete die Station In einer coolen Animation Gefall ich dir gut? Hat sich ein bisschen so angehört, ne? So, aha Aim for Perfection Na klar Verwenden sie den Assistenten Um das Ziel zu finden, das sie benötigen Die Assistenten verwenden ATP Alt Die Assistenten Zeigt ihnen auch die umgebenden Objekte Okay, ich muss gedrückt halten Aha, aha Ich schau mich trotzdem erstmal um, ne? Bevor ich gehe mit die Assistent So, kann ich hier runter? Nein, aber ich kann sehr langsam dran vorbeigehen Wieso ist hier unten eigentlich Geböller? Ich glaube, es hat Covid angefangen Ja, sehr schwierig War is over Our citizens are celebrating peace Ah, okay Ich, ich, ich gehe mal zur 15. Straße Wir kennen da jemanden Tag, Officer Junge, Junge, Junge Sieht auch ein bisschen verhärmt aus Alles wunderschöne Leute Und der Polizist Okay, All Trains Ich glaube, da müssen wir hin Okay Ach, die wüscht da Ach so Okay Oh, hey Warte mal Ach, es dauert, bis der Ton hier ankommt Ich verstehe, das ist normal Ich dachte ganz kurz, der Soundloop wäre vorbei Aber das Die haben berechnet, dass der Ton natürlich erst nach der Explosion eine Weile braucht, um herzukommen Natürlich Oh, aber schön Sieht schon schön aus Ist nice gemacht Gefällt mir gut Ich wähle Alt und Z, um das Spiel in TNG, Force Experience Overlay zu verwenden Natürlich Sieht so schön aus Warum kommt das erst jetzt? Eine Stunde später kommt das erst, die Einblendung Warum? So, kann ich jetzt hier einfach hochgehen Also, ob die hier eine Alpha Was ist denn Was hat denn die am Hals? Was ist das am Hals? Ist das so ein Superman-Zeichen? Wie? Die haben eine Alpha-Wand hier vor Das ist doch einfach das Darmunverschämt Ach, hier geht's aber Aber wenn ich zurück will, geht's nicht mehr Da geht's auch nicht mehr Und wir sehen halt wirklich aus Ich glaube, das sind die Calvin-Jugendjahre Ich glaube, das war noch vor Forrest Ja, Calvin war ja sehr erfolgreich Oh, schicke Shirts übrigens, ne? Ich glaube, das sind Mario und Luigi Weil man die Lizenzkosten nicht bezahlt hat Der hat nicht mal ne Mütze Warte mal Warte mal Hier hat doch gerade einer geweint Oder war ich das gerade? Weil ich Geld für das Spiel ausgegeben habe Metro So Die Felder mit diesem Logo enthalten Informationen zur Geschichte Ähhh Strategy today Peace The war is over Frieden Der Krieg vorbei Verhandlungen Die Stars We all remember the last month Seven ten Enemy raids Orbeer Death War Geile Story Oh Thorsten Sträter Vorsicht Ich habe keine Ahnung, wer wir zu sprechen? Schau mal diese Metals. Ich wusste nicht, für meine Werd-Puzzle-Skills. Ist dein Gehirn gefühlt mit Spaghetti? Ich war für dich, wenn du mit der Super-Socke warst. Und schau mal, was die Leute denken, ich deserve. A Quartier. Vielleicht sollte ich in eine Ice-Cream-Shop, stattdessen zu machen, dass die Arschlösen stehen, wo sie sind. Ja, ich werde jetzt rücheln. Geh weg, Idiot! Ich werde nicht dein Geld nehmen, wenn du es in meinen Mund genommen hast. Ich verstehe nicht. Ich wollte nur die Hilfe. Schau mal. Hier, keine Probleme. Was machst du? Ich brauche meine Liste zu holen. Es ist schon schwer. Was? 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 Ich weiß nicht mehr. Was? Die Story war so mitreißend. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Und vor allem, was für ein Kriegsveteran. Ja, oh nein. Ich bin ein Kriegsveteran. Ich habe schon echt schlimme Sachen gesehen. Was für ein harter Knochen. Wir können nichts spenden. Okay. Dosenpfand. Geht nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Ich drücke mal Alt. Ich warte auf den Zug. Jetzt muss ich wieder runter gehen. Hallo? Hallo? Ich glaube der Zug ist da. So warte kurz. Jetzt. Jetzt. Nimm die Story über Fahrt auf. Pass auf. Ich laufe zum Zug. Wie jeder normale Mensch. Wenn der Zug da ist. Einfach gemütlich zum Gleis gehen. Jetzt ist der einzige Zeitpunkt, an dem die Story Fahrt aufnehmen wird. Oh, warte. Oh. Haarenflöten Johnny. Geil Alter. Der Soundtrack einfach der Shit. Also wirkliches Shit. Schattenwald. Der macht den Schatten kalt. Das ist der Schattenwald. Der macht den Schatten kalt. Der macht den Schatten kalt. Oh. Oh Shit. Was jetzt? Oh Gott. Aber der Krieg vorbei. Der Krieg vorbei. Zumindest dachten wir das. Was? Geh zu Anna. Hä? Anna! Anna! Bist du das? Oh. Jetzt kann ich sprinten. Konnte ich vorher nicht. Hä? Waa? 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 Wobei, da ist, hä? Okay, warte, jetzt. Zumindest dachten wir das. Ich geh mal zu Anna. What the fuck is going on? Kommt man hier überhaupt raus? Ich... Wo? Hä? Dann bin ich ja schon wieder hier. Hä? Ich seh nichts. Game of. Aber der Krieg vorbei! Der Krieg vorbei! Zumindest dachten wir das. Warte mal, ich mach mal kurz folgendes. Ne. Ne. Okay. So, vielleicht seh ich jetzt was. Warte mal. Ich glaube, das ist ein ganz cleverer Game. Was ist denn nun? So, hier müssen wir lang. Und hier geht's raus. Aber auch nur so und so weit. Und ich krieg hier ne Menge Schaden. Aber hier geht's nicht raus. Hier geht's nicht. Und ich sterbe einfach schon wieder. Hä? Hä? Aber der Krieg vorbei! Der Krieg vorbei! Nein! Ich muss auch mal an einem Bildschirm gucken. Bei mir ist der Kontrast viel höher. Ich seh nichts bei mir. Ich mach mal ganz kurz ein bisschen heller. Ich mach das einfach mal ein bisschen heller. Sonst seh ich nichts bei mir. Bei euch hab ich jetzt den Effekt so gemacht. Ihr seht das schon ein bisschen heller. Aber bei mir... Kann ich das ein bisschen... Gibt's hier Gamma? Kann ich Gamma... Kann ich... Heller? Vier? Minus vier. Okay. Aber da ändert sich nichts. Was? Wow. Sieht viel besser aus jetzt. Krieg vorbei. Ja! Man sieht was. Oh, Träumchen. So, da geht's raus. Aber erstmal hier bücken. Hier ist man sonst mal rausgegangen. So, hier. Der löst sich auf. Ach, da geht's raus. Das sieht man halt gar... Also hat man vorher gar nicht gesehen. Okay, muss ich da jetzt durch oder was? Ne, hier. Anna! Anna! Anna, ich komm! Ich komm, Anna! Anna! Ich hoffe, sie lebt! Oh Gott, die Spannung. Er hat nicht mal einen Rußfleck auf dem Shirt. Oh, warte, warte, warte. Anna ist müde. Wir lagen falsch. Auf der linken Seite oder was? Potentia. Oh, diese Ruhe. Oh, ist ja schön. Oh. Der Krieg vorbei. Die Regierung ist gefallen. Städte wurden verlassen. Der Rest setzt seinen Überlebenskampf fort. Und wir haben uns an die schreckliche Situation dieser neuen Welt gewöhnt. Drei Jahre später. Der Soundtrack ist einfach geil. Wow. Gänsehaut. zersie. Derbrug. Drei Jahre später. 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 Das ist einfach wow, mitreißend einfach. Hä? Gesamtbetrag. Was? Ist das ein Einkaufsspiel oder was? Wieso denn Gesamtbetrag? Ist das vor oder nach? Nachsteuer. Ich bin unsicher. Ich bin einfach unsicher. Das muss der Deutsche schon wissen, ob das vor oder nachsteuer ist. Das ist ein erheblicher Unterschied. Ich freue mich auf Kapitel 3, Betriebsausgaben. Wird schon sehr gut. So, okay. Herzlich willkommen bei Last of Us zu Hause. Das ist etwas schlimmer als das letzte Mal, ich war hier. Don't face time. Ich glaube, es gibt nichts mehr für Ihre Läufe. Diese Räufe sind schnell zu sehen, um die Sampleien zu sehen. Vielleicht ein paar Mäste oder Insekten. Ich glaube, das ist es. Hey, why did you get to start going home? I just wanted someone to take care of the children, in case. I keep thinking about the same thing. What's going on everywhere else? You know we close that subject. Not even a manifestation of life for all these years. This is strange. Maybe we can find a way to contact them someday. That should be a way. I don't know. A mysterious ultra-classified airport. We should give it a shot. Okay, statt rein springen, können wir einfach am LKW entlang gleiten. Ist ja auch schön. Fühlt sich ja auch gut an. Ich kann auch wieder zurück gleiten. Das geht auch? So. Warte mal, ich mach bei euch mal wieder den hier, ne? So. Es ist sehr schön. Warum rennt der so gebückt? Sag mal. Ich frage mich, ob das Game linear ist. Äh... Ja, ich wollte klettern in den LKW. Ach so. Ich muss wieder da klettern, wo wieder Farbe ist. Warte mal. Jetzt geht's. Okay, okay. Und jetzt kann ich da durchlaufen. Hast du mal hier ne Crowbar. Aha. Brechheisen. Eine Brechstange wird als Nahkampfwaffe eingesetzt. Toll. Ihre Ausrüstung ist der beste Begleiter. Kuh. Die Zifferntasten erleichtern Ihnen hier. Öffne das Inventar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Brecheisen. Und ein Buch. Heute stellt mir das Obdach fertig, das wir aus dem Container bauen. Wir wählten den ruhigsten Ort, um dieses Obdach-Komma aufzubauen. Trotzdem hörte ich vor kurzem Schüsse. Sind wir in Sicherheit? Ich weiß nicht. Andrew. Geht ihr manchmal nach Feierabend auch nach Hause zu eurem Obdach? Wer kennt es nicht? So. In zufälliger Weise liegt hier alles rum. Das ist ganz gut. Dann haben wir hier Pistolen und ne Crowbar. Ich bleib erstmal bei der Crowbar, um Munition zu sparen. Ihr kennt den Drill. Ich habe sie weggelegt. Okay. Hier ist noch ein RBK. Ein Rettungsbrotkasten. Und dann können wir hier noch... Lassen. Ich kann es tun. Ich kann es aber auch lassen. Beides ist absolut möglich. Warte. Ich kann es nicht lassen. Ich muss nochmal ganz kurz zu. Okay. Ein... Der Vogel ist tot. Warte mal. Können wir das nicht kaputt machen? Sag mal. Warte mal. Nein, offenbar nicht. Aber wie kann ich denn... Kann ich das nicht verschieben? Kann ich da irgendwie sonst dran? Ich kann hier nicht springen, aber da ist doch gelb gepinselt. Einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank. Den kann ich aber schieben. Was ich aber noch sehr gut finde ist, der Soundtrack ist halt super nice, ne? Ich weiß, wie es euch geht, aber den Soundtrack finde ich sehr feierbar. So. Mhm, mhm, mhm. Wenn sie sich umsehen, können sie Munition finden. Habe ich schon gemacht. Dankeschön. Ja. Das ist ja fantastisch. So. Ich muss zugeben, das Beste am Spiel, das Graffiti hier. Das ist, glaube ich, das Beste am Spiel. Okay, Sumpfgeräusche im Container ist auch gut. Wenn ich jetzt hier draufgehe. Warte mal. Hat sehr viel Potenzial. Aber ich kann von hier aus nicht... Oh, die Musik. Da liegen zwei, da liegen zwei tote Leichen. Da steht jemand dahin. Bastarde erschießen. Ist, glaube ich, falsch übersetzt. Ich glaube, der Bastard hat sie erschossen. Warte, das ist krass. Die sind einfach tot. Der hat die einfach erschossen. Das... Wow, ist zart. Die Realität. Nach dem großen Unglück. Ist einfach eine ganz andere, als die, die wir kennen. Munition für die Pistole. Okay, warte. Jetzt, aber... Jetzt, warte. Ich hasse es, wenn Menschen andere Menschen töten. Oh. Mit E. Okay. Aber ich kann nicht crouchen, ich kann mich nur nähern. Ich hasse Menschen, die andere Menschen töten. Der Kampf ist übrigens so gut, wie er aussieht. Wow, ist der Kampf gut. Was für ein Kampf. Warte. Wenn du hier mit 3-6-4-2-4-5-4-5-Fell. Weil du gerade rassst. Warte, der war mit der Sphilis. Und wenn du sie mit 3-7-3-6-4-5-5-5-5-5-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Hat gerade drei Leute erschossen. Nice. Hat drei Leute erschossen und redet davon, wie grausam die Welt ist. Mmmh. Hände hoch! FBI, open up! Erstmal sichern. Die Musik ist immer noch so spannend, warte. Also gleich. So. Hier können wir jetzt den Kopf reinstecken, weil wir das Spiel bei Steam gekauft haben. Ah. Okay, hier ist sonst... Oh, warte mal, warte mal. Ich liebe dieses Haus. Das Haus meines Vaters. Ich bin krank und das sind meine letzten Tage. Ich habe eine Überraschung für dich, wenn du diese Nachricht liest. Es gibt ein paar Kugeln in der Küche. Mozart-Kugeln? Viel Glück. Martin, Hinweis neben dem Kühlschrank. Das ist aber nice. Neben dem Kühlschrank gucken wir gleich mal. Es gibt ein paar Kugeln, das ist Überraschung. Oh, aha. Fünf Stück sogar. Da juckt mir die Nase. 5 Uhr. 7 bis 11 Uhr. 1000 Euro.